Hallo zusammen, heute backe ich für euch einen Flammkuchen. Flammkuchen ist relativ schnell gemacht, braucht nur wenige Zutaten und schmeckt sehr lecker. Als Zutaten habe ich hier Hefeteig, Schmand, Dürrfleisch, Zwiebeln, Pfeffer und Salz. Beim Dürrfleisch solltet ihr auf ein möglichst mageres Stück achten. Das Dürrfleisch werde ich fein würfeln und die Zwiebeln in Streifen schneiden. Beides wird angedünstet und dazu geht es am Herd weiter. Den Bauchspeck habe ich in einen fetten Teil und einen mageren Teil getrennt. Dadurch bekomme ich das zum Braten benötigte Fett. Zuerst gebe ich die fetteren Speckwürfel in die Pfanne. Auf diese Weise wird genug Fett ausgebraten, um die restlichen Zutaten anzuschwitzen. Wenn das meiste Fett ausgetreten ist, gebe ich die restlichen Würfelchen dazu. Auch die werden angebraten. Ganz sachte und auf kleiner Flamme, damit sie nicht anbrennen. Zwischendurch mal umwenden. Der Speck ist angebraten und das ausgetretene Fett reicht, um die Zwiebeln anzudünsten. Jetzt gebe ich die Zwiebeln zu. Gut verteilen und sachte auf kleiner Flamme angehen lassen. Die Zwiebeln sollen weich werden, ohne Farbe anzunehmen. Das geht am besten, indem ich einen Deckel auflege. Auch das dauert jetzt eine Weile. Die Zwiebeln sind fast weich geworden. Sie werden umgehoben und gewürzt. Erst mit ganz wenig Salz, weil der geräucherte Speck ja schon salzig ist. Beim Pfeffer darf es dann etwas mehr sein. Jetzt gebe ich den Schmand dazu. Nun gut verteilen. Das Ganze muss noch einmal richtig heiß werden. Die Zwiebelmasse ist jetzt fertig. Sie muss noch abkühlen bis sie etwa handwarm ist. Dann wird sie auf dem Hefeteig verteilt. Weiter geht es mit dem Hefeteig. Er wird ausgerollt und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech gelegt. Dazu wird der Tisch leicht bemehlt. Dann gebe ich den Teig darauf. Er ist wunderbar aufgegangen und flaumig weich. Ich drücke ihn erst mit den Fingerspitzen in die gewünschte Form. Dann lässt er sich leichter ausrollen. Immer darauf achten, dass stets genug Mehl unter dem Teig ist. Auch die Rolle bemehlen. Nun von innen nach außen mit ganz leichtem Druck ausrollen. Wenn es klebt, einfach noch Mehl darunter geben. Bevor der Teig nun aufs Backblech kommt, noch einmal Mehl an die Rolle tun. Dann den Teig zum Transportieren auf die Rolle aufrollen. Nun direkt auf dem Blech wieder ausrollen. Den Teig in Form ziehen oder drücken. Mit so einer kleinen Teigrolle geht das auch ganz gut. Der Teig ist fertig zum Belegen. Die lauwarme Zwiebelmasse wird nun auf dem Teig verteilt. Das macht ihr am besten von Hand. Dann wird's gleichmäßiger. Ich nehme dazu einen Einweghandschuh. Jetzt einfach großzügig die Masse darauf streichen. Schön bis in die Ecken und überall gleichmäßig dick. Dann geht auch der Teig beim Backen schön auf. Während ich den Ofen auf 175 Grad Umluft vorheize, kann der Flammkuchen noch einmal ruhen. Nun wird er für circa 25 Minuten auf mittlerer Schiene gebacken. Die Backzeit kann variieren und ist vom Ofen abhängig. Wenn's appetitlich aussieht, ist er fertig. Der Flammkuchen war jetzt 25 Minuten im Ofen. Er ist servierbereit. Und so sieht mein Flammkuchen fertig aus. Sehr gut schmeckt ein Glas Cedre dazu. Aber auch Federweiser oder Elsässer Riesling passen hervorragend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe hier noch zwei Videos, die euch interessieren könnten. Die Zutaten findet ihr wie immer in der Beschreibung. Eure Fragen und Ideen schreibt bitte in die Kommentare. Und wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, könnt ihr mich abonnieren. Bis nächste Woche also es Reiskörnchen.